Hello und herzlich willkommen bei einem neuen Video auf meinem Kanal, Divine Design Manifestation. Du willst alles haben und du sollst alles haben. Jeder Wunsch, der dir in den Sinn kommt, ist nur da, weil du dafür gedacht bist, in der Realität des Wunsches zu leben. Wenn es dir am Herzen liegt, als Coach und Berater, Therapeut, Heilerin die Welt zu verbessern, dann musst du Folgendes wissen. Du musst die beste Version von dir an den Start bringen. Und diese Version, die nenne ich Divine Design Version. Diese Identität nenne ich Divine Design Identität. Und wenn du noch irgendwo Glaubenssätze und Überzeugungen hast, die dir sagen, irgendwie kann ich doch nicht behaupten, ich bin die Beste. Irgendwo kann ich doch nicht behaupten, ich weiß, was ich tue. Es ist absolut richtig. Wenn du noch Zweifel hast, dass das, was du tust, wirkt, hilft, unterstützt, genau so, wie du es haben möchtest, dann ist das der Grund, warum dein Business noch stagniert, warum die Ergebnisse deiner Klienten, Klientinnen noch nicht so sind, wie du es gerne hättest. Dann ist das der Grund, warum du mir hier zuhörst und dieses Video hörst, weil du noch glaubst, irgendwo eine Einschränkung haben zu müssen. Du bist noch nicht absolut überzeugt vom Prinzip, dass du das Prinzip bist, dass du sagst, was läuft, dass du sagst, was ist, dass du sagst, wie es ist, dass du dich noch nicht ermächtigt hast in deine volle, wahre Kraft und Power, weil du dich noch als Mensch siehst und nicht als Energiegenerator, weil du dich noch irgendwo als jemand betrachtest, der eingeschränkt ist, der limitiert ist. Und das ist nicht die Wahrheit, denn in Wahrheit bist du uneingeschränkte Kraft, Power und Macht. Manche würden es Heilung nennen. Ich nenne es nicht Heilung, ich nenne es Manifestation der Wahrheit, der Wahrhaftigkeit, weil in Wahrheit und Wahrhaftigkeit sind wir alle absolut heil. Wir sind fehlerlos. Wir denken nur in Begrenzungen und in Fehlern. Und der Hauptfehler liegt daran, dass wir denken, irgendetwas an uns könnte noch fehlen, könnte nicht gut genug sein, muss noch verbessert werden. Und ich kann nicht so absolut auftreten. Du kannst aber absolut auftreten, wenn du das Prinzip der absoluten Manifestation, der Divine Design Manifestation voll und ganz verstanden hast. Dann hast du keinen Zweifel mehr an dir. Dann zweifelst du nicht mehr an den Dingen, die du anbietest, an der Unterstützung, an deinem Mentoring. Weil es nicht darum geht, den Leuten beizubringen, konsequent eine Methode zu machen, konsequent eine Meditation zu machen, konsequent irgendwelches Journaling zu machen, sondern wenn du absolut überzeugt bist, wie das Leben hier funktioniert und dass du die einzige Ursache und Quelle deines, deiner Geschichte, deiner Manifestation und deines Business bist, dann wirst du genauso auftreten, wie du auftreten musst. Dann ist es kein Thema mehr, welche verkaufspsychologischen Dinge du anwenden musst. Dann ist es kein Thema mehr, welche Strategie du anwenden musst. Dann gilt es nur noch, was und wie will ich es haben und welche Ergebnisse erziele ich mit meinem Sein, mit meinen Teachings, weil ich bin absolut vom Prinzip überzeugt. Ich weiß, wie ich alles bin und alles sein kann und genau das gebe ich weiter. Und dann wirst du keinen Zweifel mehr haben, dann wirst du keine Angst mehr haben, dann wirst du so, so, so sicher sein. Und ich sehe es immer wieder, wenn Leute zu mir kommen und was da noch alles da ist, von übernommenen Konstrukten, Methoden, so funktioniert es, nur so geht es, bla, 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 ich muss das machen, aber du kommst nicht weiter. Und das liegt daran, weil du es noch nicht 100% verstanden hast, wer du sein kannst und wer du sein musst, um die Wirkung in der Welt zu erzielen, die du erzielen möchtest. Du musst so groß sein. Du musst so viel Platz einnehmen. Du musst komplett in deiner Stärke, in deiner Kraft und somit auch in deiner Verantwortung stehen. Und es geht nicht darum, dass du eine Version von dir außerhalb von dir suchst, sondern es geht nur darum, dass du diese absolute Version von dir im Innen freilegst. Und egal, welchen Erfolg du suchst, im Business oder privat, es geht um dich, es geht um deine Identität, es geht um dich, um deine Kraft und um deine Energie. Und solange du noch an irgendetwas zweifelst und dir nicht getraust, absolut überzeugt zu sein von dir, von deinen Wünschen, von deinen Träumen, von deinen Anliegen, von deinem Business, dann ist das absolut Mastermind, die höchste, geilste, beste Business Mastermind genau das Richtige für dich. Und wir arbeiten an dir, sodass sich dein Business genauso reflektiert, wie du es haben willst. Du bist dein Business, absolut und ohne Zweifel. Und wenn dein Business riesengroße Wirkung haben soll, finanziell, energetisch, in Ergebnissen, dann musst du bei dir selber so verankert sein. Und kannst nicht anfangen, mal das zu cheatschen, das zu lernen und dann Excess Consciousness und dann das und dann das, sondern das absolute Prinzip, lernen und lehren, wie alles durch dich und aus dir entsteht. Anders geht es nicht. Anders funktioniert es nicht absolut bis zum Ende. Absolut startet in der ersten Oktoberwoche High-Level-Business-Mastermind. Ich zeige dir, wer du sein musst und warum du das sein darfst, um genau das durch dein Business zu erleben und zu bewirken, was du haben möchtest. Geht es dir um private Veränderungen? Geht es dir um Liebesdinger? Geht es dir um Sicherheit, Selbstsicherheit? Geht es dir um Manifestationen außerhalb deines Businesses, weil du noch kein Business hast, weil du noch nicht diesen Schritt gewagt hast, ihn aber vielleicht wagen möchtest? Dann Rising Up. Diesen Weg musst du gehen. Rising Up into Divine Design Identity. Dass du verstehst, wie dieses Prinzip funktioniert, um es dann absolut in ein Business, in ein Bewusstseins-Business umzusetzen, das dir entspricht und das genau so ist wie du. Und dazu musst du wissen, wer du wirklich bist, in Wahrheit und wie das Prinzip funktioniert. Das ist meine Business Suite Rising Up, weil nachher, wenn du ab Rising Up abgerissen bist, kannst du dich nicht mehr halten. dann möchtest du absolut in diesem Bewusstseins-Business aufgehen, weil es das Einzige ist, was dich wirklich, wirklich so unglaublich krass begeistert. Und das ist meine Welt und es ist deine Welt. Der Unterschied zwischen meiner Welt und deiner Welt ist nicht das Prinzip, wie alles manifestiert und funktioniert, sondern es ist der Geschmack, es ist der Duft, es ist das Quäntchen, das Individuelle, mit dem du das absolute Prinzip zu deinem machst. Und es ist konkurrenzlos. Du bist konkurrenzlos. Aber das Prinzip ist dasselbe und das kannst du nicht brechen, sondern nur für dich nutzen. Du bist da, um dieses Prinzip, um das, was du wirklich bist, zu verstehen und 100 Prozent auszuleben, um das Leben hier in Fülle und Erfüllung zu erleben und aus diesem Mangel-Design, Ego-Design, Jungen-Design auszusteigen, wo alles an Bedingungen und Logik und Rückschlüsse geknöpft ist. Aber dem ist nicht so. Es ist alles Energie. Und wenn du einsteigen willst, wenn du sagst, wow, ich brauche die Grundlagen, dann habe ich meine Online-Kurse ganz günstig diesen Monat. Einführungen in Divine Design Energetics, das ist im Angebot, oder die Foundation, wo du wirklich diesen ganzen Prozess für dich selber durchleben kannst. Und wenn du Unterstützung wirst von mir und den Ladies, Rising Up oder Absolut Mastermind. Es ist für jeden etwas da. Es ist für jedes Preisfigment etwas da. Und je höher du einsteigst, je mehr Commitment du einsteigst, je mehr du dich traust, mit mir nah zusammenarbeiten, dich nackt zu machen, dich abzustrippen, desto schneller geht die Divine Design Reise in die Identität, wo du frei und erfüllt dein Leben lebst. Ohne Wenn und Aber, ohne Voraussetzung, ohne Rückschlüsse, ohne irgendetwas im Außen, ohne etwas, was im Außen gegeben sein muss. Denn im Innen herrscht Erfüllung. Und diese Erfüllung darfst du nach außen tragen. In diesem Sinne, wir sehen uns im nächsten Video. Ich freue mich, wenn du noch Gespräch buchst und wenn du mir schreibst, weil du wirklich interessiert bist an deiner Divine Design Reise und die mit uns wirklich mit Spaß, Freude und Geschwindigkeit gehen möchtest. Bye, bye, bis zum nächsten Video. Bye, bis zum nächsten Video. Bye, bis zum nächsten Video.